Moin Moin und Willkommen zurück bei Seven Days to Die, Darkness Royce, zusammen mit dem Baumstriker, irgendwo da hinten? Ja, hinten in der Küche, Küchenabteilung. Ja, machen jetzt noch eine Folge hinten an unsere Session dran, wir wollen das Krankenhaus unbedingt machen. Ich bin ja jetzt mittlerweile mit meinen Waffen hier nochmal komplett umgewechselt, damit wir die 7X2-Munition nicht beide raushauen. Ich hoffe, der Plan geht auf, wenn nicht, werden wir jetzt umgelaufen, das werden wir dann unterwegs erst feststellen. Ähm, das Stryker hat mich nochmal daran erinnert, dass er vor Ewigkeiten mal eine Tank-Zapfsäule gekauft hat, die ich nochmal hinstellen wollte. Und kaum hat er mich darauf angesprochen, hatte ich die super geniale Idee. Ich finde, das passt perfekt an unseren Parkplatz. Oh, jetzt brauchen wir davon noch mehr. Ja. Dann können wir hier auch mit der 10 reinpacken, oder? Ach, der hat ja gar keinen Platz, ne? Ach, der hat ja gar keinen Platz, ne? Ach, der hat ja gar keinen Platz, ne? Warum hat das Ding keinen Platz, ey? Das ist Betrug. Egal. Gibt's Schlimmeres, sieht gut aus. Kann ich das 10 also wieder wegpacken? Du hattest den Plan auch schon? Ja gut. Oh, Wanderhorde. Mit mehreren Dämonischen dabei. Oh Gott. Das sind ganz schön viele Dämonische dazwischen. Mann, gut. Da ist ein Dämonischer Geier. Was? Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Oh Gott. Das sind auch ein riesen Haufen BMOS. Äh. Ja, das mit dem Krankenhaus hat sich wohl erstmal kurz erledigt. Wohl, ich krieg die grad ganz gut. Geschossen. Die kriegen das grad gar nicht mit. Jetzt haben wir vorne am Haupteingang eigentlich nur noch zwei Dämonische. Hast einen angelockt davon? Ja. Ja, ja. Trotz Scheidämmer. Geil wieder. Bist du tot? Ja, jetzt hab ich den dann auch angelockt. Ja, SMG ist Pistol. Okay. Hab grad, hab grad, äh, Pistol, äh, Skill increased. Äh, B muss uns da kommen von rechts. Warte, hab ich grad noch einen Dämonischen? Ja, mit zig Dämonischen. Im Schleppdauer. Also da kommt vorne gleich noch was rum. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das macht echt aner. Kein Spaß mehr, ey. Okay. Okay, doch, doch, das geht klar. Okay. Die Kollwaffen sind geil. Huh. Oh. Ich hab mal ne Schreierin beseitigt. Das ist nett von dir. Vor allem bevor sie geschrien hat, hoff ich mal. Ja. Ja. Das ist, ich glaub, eher... Das wird in mir ja gleich voll, bevor wir los sind. Vielleicht solltest du dann doch eher, äh, ja, äh... Abgeben. Ich hab mich doch die ganze Zeit immer beschwert, dass wir einen Haufen Jagdmesser bekommen haben. So vier, fünf Stück aus einem Loot oder so, ne? Ja. Wir sind in unserer Game Stage so cool, dass ich jetzt vier Titan-Jagdmesser rausbekommen habe. Wow. Uh. Okay. Achtung, das ist Gips. Das auch. Das auch. Was krieg ich denn, wenn ich Titan zerlege hier? Ja. Hm. Perfekt. Ich glaub, ich behalte das eine mal. Jo. Man weiß ja nie. Hier komm, Drohne. Du kannst doch für mich tragen. Hier hast du ein Titan-Messer. Gut. Zu Fuß? Zum Gang aus? Äh, hast du nicht gesagt, du bist schon fast wieder voll? Ich hab aufgeräumt. Ich hab nur für ne Menge zerlegt. Das geht schon. Äh. Oder willst du das Auto mitnehmen, damit wir mehr Loot haben? Wo ist denn das Mining-Ding? Hast du das markiert gehabt? War das das hier im Süden direkt, oder? Ja, hab ich. Machen. Hab ich so markiert. Soll ich das teilen? Mir egal. Komm. Entweder markierst du es, oder markierst du es nicht. Ich hab's markiert. Alles gut, wir finden das schon. Also laufen. So. Ja. Oh. Gut. Auch wenn ich den Schein wahrscheinlich bereuen werde. Ja, okay. Jetzt gegen die Winterkoil-Shotgun gehen die Dämonischen sogar ein bisschen klar. Da brauche ich dich nicht zwingen. Schnellfeuer ist okay. Die Sache ist halt, ich war ja auch schon im überlegen, aber irgendwie habe ich mich noch davon ferngehalten. Meinst du Coil-Waffen? Ja. Du kannst ja mal eine deiner Waffen gegen Coil austauschen und dann mal gucken, wie du davon hältst. Es sollte halt nur nicht die Waffe sein, mit der du 5000 Schuss auf einmal abgibst, weil dann haben wir ein kleines technisches Problem mit unseren Ressourcen. Ich würde tatsächlich einfach abchecken, was ja gerade im Überfluss ist in dem Sinne. Wir haben nicht eine einzige Waffe, die 44er Coil verschießt. Oh. Die Coil-Pistol. Habe ich doch vor zig Folgen oder so gefunden. Zwei Stück. Die verschießen die 44er Coil-Round. Oh, hier ist alles voll mit Wissenschaft und Krankenhaus, Leute. Jawoll. Aber ja, Coil-Pistol, das wäre dann was für dich, würde ich mal sagen. Also, weil wir die Munition im Überschuss haben. Ob du damit klarkommst, musst du dann entscheiden. Wo bist du lang gelaufen? Ah, hier. Genau. Ja, hier sind ja nur die guten Zombies. Nice. Ach, schade. Schade. Das wäre geil geworden. Oh Gott, ich glaube, ich flippe aus, wenn wir das kriegen. Sollte ich dabei schreien, tut's mir leid. Kriegst du eigentlich mehr bei Altstoffverwertung raus mittlerweile? Ich habe immer noch Altstoffverwertung kostenlos. Ja, dann würde ich dich vielleicht bitten, dass du die ganzen Elektro-Ding noch mal mitnimmst. Ich habe gerade über ein Drittel unserer Gesamtvorräte an elektrischen Teilen aufgebraucht. Beziehungsweise, guck mal, wie du da mit dem hier klarkommst. Probier das mal aus. Kannst du nicht aufheben. Ich sehe den Punkt nicht. Pack's irgendwo rein. Da. Kannst du mal gucken, ob du damit vielleicht noch schneller vorankommst? Nee, das Ding darf nicht unbedingt kaputt gehen. Das Ding brauchen wir für unsere Laser-Workbench und so weiter. Geht gut oder schlecht? Geht schneller. Das reicht mir. Dann machen wir weiter. Okay, also dieser Zitanknüppel ist auch geil. Also, ich glaube, gegen alles, was nicht dämonisch ist, ich bin nicht mit Nahkampf wieder ganz gut dabei. Und noch mal ganz von vorne am Raum an jeden kleinen Monitor dann wenn schon mit. Ja, und ich guck mal, dass ich auch irgendwo auf Plastik... Hat die Dinger gegeben noch Plastik, oder? Drei Plastik auf so einem Bett, das gibt jetzt erstmal noch nicht so viel. Oh, ich habe ein paar Leute geweckt. Hups. Ach du Scheiße. Hat das ja nett gesagt. Aber kein Stress. Kein einziger Dämonischer dabei. Wir sollten auch die Behälter öffnen auf jeden Fall. Das sieht krass aus. Ich gebe Nitrat. So, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mehrfach Wissenschaftsmenschen gehabt, die uns auch Blut geben. Nur nicht das, was ich brauche. Boah, ein Plastik aus in der Müllsack, das klingt doch nicht so viel. Da kann ich das auch mit der Keule machen hier. Deine Schatzkarte! Wuhu! Das ist schön, ich sehe hier überall weitere elektronische Geräte, das macht mich sehr glücklich. Achtung, ich bin noch nicht weiter gelaufen, weil ich auf dich gewartet habe, da drin ist noch was los. Ich schalte ein paar drauf. Das klappt vielleicht so. Okay, irgendwas hat sie geweckt. Auf jeden Fall kriegen wir ordentlich medizinisches Zubehör raus. Das ist ja... Da kann ich ja versuchen, sich schön zu reden. So. Ich habe Scrap Iron Arrows gefunden. Brauchst du die noch zum Feld? Na, nee, ich habe sie jetzt zu Hause zwar auch mal eingelagert, für den Fall der Fälle, aber jetzt gerade so spontan nicht so. Ah, mit dem Erdbrot kriege ich aus dem Digga eine Nähplastung raus. Ist okay. Okay. Orange trees. Kann ich noch ein bisschen. Okay, jetzt geht das Dach weiter dann gleich. Achso. Oh, da sind noch zwei Strahlenschutz-Zombies bei. Drei. Okay. Ich... Ein Dämonisch habe ich gerade das Gefühl. Japp. Okay. Souverän gelöst, sage ich dazu. Huh. Gut, wir haben jetzt kein Stahlproblem, aber dass wir die Munibox einfach Stahl noch gibt. Die gibt da direkt? Geil. Das wusste ich gar nicht. Ich glaube, du hast sie geweckt. Das ist sehr gut möglich. Geht das nicht schneller, Zombies? Hier wird einfach ein Erko ausgepackt und einfach rechts noch reingebohrt. Oh, fuck. Dämonen gefunden. Dämonen gefunden. Oh, Dämonen beseitigt. Dämonen beseitigt. Power, Armor, Helm. Wie wärs mit da sowas für dich? Nehm ich. Bitteschön, sogar ein 56er. Damit haben wir ja auch kein Problem dann mehr, ne? Dann hast du jetzt auch 100%, ohne auf Rüstung zu verzichten? Doch, weil ich mir den Radiation-Helm gemacht habe und nicht die Brustplatte. Haha, scheiße. Und ich kann den Helm nicht, ich kann den Radiation nicht stacken. Also, ich bleib bei 80%. Schade. Aber ich hab jetzt auch mal drei Hesbordfasern nochmal mehr. Perfekt, dann kann ich's machen. Ja, guck mal, dann kriegen wir das mit dir doch noch hin. Bin ich gut. Ich weiß nicht, Alter. Ich hab mich so das Gefühl, ich muss noch mal irgendwann den, 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 den Leflammehörer nochmal auspacken irgendwie. Aber zu Hause steht er ja schön rum. Weil beim Blutmund hatte ich so das Gefühl, konnte er sich nicht komplett entfalten. Aber ich glaube auch nicht, dass der extrem viel Schaden macht. Aber du machst auf der Fläche Schaden, das ist eigentlich schon mal ganz geil. So, auch die ganzen Müllsäcke. Wenn du die Mousse hast, einfach mal mit kaputt schlagen, dann kriegen wir Plastik raus. Nachdem, wir sind nicht alleine. Oh, fuck. Ich dachte ernsthaft, das war n'n dämonischer. Aber ich glaube, sie sind einfach nur irgendwelche Idioten in die Minen gerannt. Ja. 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 Warte mal auf dich. Ja. 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 Pist wie erledigt. Okay. Okay, okay, okay. Ich bleibe der Dämonentöter, das gefällt mir. Uh. Oh. Oh. Geil. Also, ich habe jetzt allein schon zwölf Has mit Fiber dabei. Ich habe jetzt auch schon acht. Ähm. Die Dinger kannst du auch alle auseinandernehmen, oder? Was sagt dir die Qualität deines Titanium-Messers? Die höchste? 50 hatte ich dir die Drohne gegeben. Gut, dann gebe ich deinem Messer eine 60er. Oh! Wie nett von dir. Aber aus denen kriege ich Mechanic. Nicht die Electric. Oh. Gut. Davon haben wir jetzt nicht so einen Notstand. Aber aus den Laufbändern Kriege ich Electric Parts. Das ist auch gut. Ne, da krieg ich nur Eisen raus. Du hast den Monitor gerade weggemacht. Oh. Dem Monisch. Zieh, 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 zieh. Er ist tot. Achso, und ich brenne. Na gut, das finde ich jetzt auch nicht so geil. Auf jeden Fall könntest du mich gleich nochmal zusammenführen. Kriegen wir hin. Sollte nicht das Problem sein. Die sind schon so weit oben im Krankenhaus und haben noch nicht eine einzige Faser von denen, die wir gerne hätten. Achso, das wäre der normale Weg gewesen. So, hier am Notebook. Das würde ich dann gleich mal zusammenfliegen. Damit und damit. Danke. Ich hab ja gar nicht mehr so viel Live-Heading gerade wieder auf. Ha, nein. Hier steht noch ein Notebook auf dem Boden. Und dann Fernseher? Ja. Der ist sehr flach, würde ich sagen. Weil ich damit tatsächlich am meisten Plastik rausbekomme. Und da es mir gerade auf Plastik geht, wird sich das verhalbt nicht angebracht. Oh, dämonisch inzwischen. Warte, ich mach Platz. Das ist ein kleines Fehler. Geh, das ist ein kleines Alkohol. Geld. Ich will rote Zettel haben, Mann. Weißt du, was witzig ist? Ha? Ich hör die Klingen fallen. Ich hör sie nicht. Okay. Ich hör das Schleudern. Ja, wo die jetzt pfeift der Wind jetzt ist schlecht zu hören, aber... Jetzt kann ich mir mal wieder, wie Navi in der Nachbarschaft sind. So, wo geht es jetzt weiter? Ach, wahrscheinlich geht es wieder ins Fenster, ne? Hi. Oder ich merke die Qualität von meinem Headset gerade. Hier durchs kaputte Fenster und dann außen auf dem Hals. Ja. Ah, hier geht es rein. Ne Bunkertür. Okay, die lasse ich noch mal kurz zu. Oh, ich glaube, dahinter ist der nächste Raum. Wirklich? Gut, ich brauche noch ein bisschen, um da durchzuarbeiten. Also, wir haben ja nicht Knopf. Ja, das stimmt. Geld. Ach so, auf beiden Seiten. Ach, es sind zwei Räume. Ah. Ah. Ah, MRT-Räume. Ah. Okay, ich mag solche Zeitverliebtheit. Ach, hier ist doch noch alles voll mit Elektro-Dingern. Ui, ist das geil. Auf der anderen Seite, da, wo wir jetzt gerade waren, ist das Fenster, wo es nachher draußen geht. Ach, da. Ja, okay. Ich bin aber hier noch ein bisschen beschäftigt. Alles gut. Ich bin bei 600, äh, teilen schon. Oh, sehr schön. Ja, das ist dann die letzte oder vorletzte Etage. Danach kommt das Dach. Master, we are not a... Na, lol, die waren jetzt hier. Durch die Treppe. Ist okay. Hier ist mein Knüppel, Mann. Ey, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Ich habe hier einen Grafikfehler. Nee. Oh. 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 Hätt's jetzt nicht so wahllos, äh, einfach da reinschießen müssen. Die armen Laptops, die du potenziell zerstört hast. Ich habe auf den Dämonen und auf den Boden geschossen. Okay. Das war nicht ganz wahllos. Dafür ist die Dämonen nicht mehr zu teuer. Da komm her, den. Aber ich kann auch einfach auf normale Schotten anwachsen. Haben wir ja auch mittlerweile genug, boah. Auch wenn der Shotgun halt absolut nicht in mein, äh... Was nicht je bereits passt. Noch eine Schatzkarte. Ja, meine Drohne ist hinter dir irgendwo. Ja, hier. Kannst du gleich verstauen, dafür der Platz. Das ist zu geil, Alter. Diese Schatzkartensammlung. Wir müssen die überm Arme beiteln. Einfach aus Prinzip. Ich habe ja bald Blutmond. Ich glaube, dann wird die Schatzkartensammlung nur noch schlimmer. Oh, passiert. Kann man wohl nichts gegen machen. Hier. Okay. Ach, ist der Weg zurück durch den Fahrstuhl? Okay. Okay. Also, wir sind schon auf dem Weg zurück, quasi. Äh, hast du die Leiter links nicht gesehen? Nö. Gut. Sonst hätte ich so einen Schwachsinn ja nicht gesagt. Wir sind auf dem Weg zurück. Oh, das ist ein demonischer. Komm, den verprügel ich jetzt einfach. Leuch, den wird ich verprügel, die kriegt. Juhu. Das mag ich. Also, der Titan-Krüppel taugt. Du hast, hey, zwei Schatzkarten. Ach so, scheiße. Ich will nix sagen, aber das ist kein Weg zurück. Nochmal zwei Schatzkarten. Hast du Blöcke dabei? Ja. Gut, weil hier unten bist du stuck. Zum Wissen, wenn man sich nicht rausgraben will. Ja. Wie hießen das, äh, Ding nochmal? Äh, Frame. Räpe für Profis hier. Sind doch schon hoch genug. Ja. Ach du Scheiße. Ja, gut, dann bringt sie uns wenigstens ein bisschen Action hier rein. Ist doch langweilig bis jetzt. Das sieht doch nix. Und was soll man wetten, dass du diese Aussage bereuen wirst? Ich bin zuversichtlich. Gut. Wenn ich gerne wissen würde, wo sie herkommt. Also wenn sie jetzt wirklich geschrien hat, dann hat sie sich natürlich verstärkt umgeholt und wird entsprechend schneller hier oben sein. Hört sich fast an, als ob sie auf dem Klo wäre. Na, da läuft mit dem Motorrad das Treppenhaus hoch. Ah, meine F-Face-Dropen-Hump-Arts. Wahrscheinlich nähern wir uns im Endloot. Auf jeden Fall hat sie geschrien. Ich glaube, ich habe ihre Anhängerin hier gefunden. Alle im Treppenhaus. Als Info, es waren zwei Schreierinnen. Das ist nett. Ja, ich höre die Anhängerin. Ich wollte dann in dem Fall was krassisch nach oben. Ich habe kein Wasser mehr. Oder kein Kaffee. Nein. Äh. Ich könnte dir aber noch Wasser anbieten. Ja, nehme ich. Ich sterbe gerade. Muss weggehen. Link. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Danke. Ach du Scheiße, das. Teufel mein. Ich bin tot. Das ist voll zu rockt, Alter. Meine Leiche fällt noch ein Aufzugsschacht runter. Ich glaube, oberste Etage ist das, wenn ich das so richtig sehe, hier von zu Hause aus. Eie. Und da kommt eine Schreierin gerade unten hin. Ja, toll. Ich glaube, vorne mein Bett, Alter, und es hängt übelst hinterher. Juhu. Ja. Ich habe sie verprügelt. Ich bin mittlerweile bei einer Verzögerung von acht Sekunden. Ähm, hier ist alles voll mit Schreiern im Treppenhaus. Und auch ein komischer Teufelsdämon läuft da rum und schilt. Und? Äh, noch mehr Dämonische? Ja. Falsche Etage. Ähm. Ja. Ja. So, okay. Ich habe meine Sachen. Ich bin halbwegs rehabilitiert. Ich muss eine Schreierin auf jeden Fall ausdösten. Oh, okay. Vergiss mein Rehabilitiert. Und Scheiß bin ich. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh, nein. Ähm. Da ist ein mutierter Demo in der Wand. Warte, den kann ich ja holen. Warte, ich kann dich ja versuchen mal anständig zu deinem Loot zu bringen. Wo denn? Hier, seiteneingang. Also. Gleich nicht mehr. Unter uns. Du musst mir sagen, wo du hin willst. Ich muss Richtung Aufzugschacht. Also, sagen wir es mal so. Wir müssen nur in diesen Raum. Also, wir müssen nur den Aufzug aufbohren. Ich höre hier gerade aber ein bisschen ein paar Sachen, die ich nicht hören möchte. Ja, es liegt eventuell daran, dass da welche runtergefallen sind und meine Leiche gefressen haben. So, ich bin schon mal am einen im Aufzugschacht. Oh. Äh, ja. Ah, geh mir aus dem Visier, bitte. Wie schießt du gerade aus dem Dämonenstampe? Äh, ich hab acht Sekunden Delay. Ich kann... Ich weiß nicht, wo ich stehen soll, du hast du nicht gesehen. Weg hier! Ja, gut, ich geh aus dem Raum raus. Wooo. Ich warte... Ich warte draußen. Ja, das meinte ich mit weg hier. Renn weg. Das war nur... Auf... Keine Ahnung. Ach, du Scheiße. Hey, du brennst. Ich geh weg vom Dach. Tschüss. Du Scheiße. Ah, jetzt kommt da was. Okay. Du brennst. Ja, gut. Dann ist das halt so. Da kann ich nichts gegen machen. Okay, ich bin im Krankenhaus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sich damit nichts übernimmt. Ich habe gerade echt ein paar Probleme, die ganzen... ...demodischen rauszufiltern. So. Okay. Oh Gott. Ich habe mittlerweile 23 Sekunden Verzögerung. Ich wusste gar nicht, dass man so einen Ping haben kann von 23.000. Oh Gott, ich bin nach Hause geflüchtet. Oh, bitte, lass die Falle an sein und das Tor unten. Äh, oben. Nö. Tor ist oben, Falle ist an, ja. Wie man das Level jetzt mal hier auf unserem Niveau... Okay. Ich habe aber auch selber gerade irgendwelche Lecks. Ja. Aber für mich ist es noch spielbar. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie gesagt, Alter, hier ist so viel los. Ich habe... Alle, die mich jetzt mal folgen, haben mich schon mal losgeworden. Eie. Ach du Scheiße. Mami. Mami? Die Leiter hat der Stryker zwischen den Volken angebracht. Die ist Gold wert. Dankeschön. Respekt an den Behemoth. Ich war one-hit. Da ist mein Weg weg. Wo? Unsere Fallen gehen nach dem Kaputt. Ich höre eine Schreie rin. Oh nein, oh nein. Nicht noch einen. Na, schreckende... Die Schreie rin ist weg. Ein weiterer Dämonischer auch. Boah, schon wieder... Ich bin grad weggegangen. Schon kommt wieder ein Zambian. Ich werde nie wieder an meine Tasche kommen. Wir arbeiten da gemeinsam dran. Alter. Aber auf jeden Fall müssten wir jetzt schon ordentlich ausgedünnt haben. Also eigentlich halb so schlimm. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Mal mehr machen, hast du auch keine Gegner mehr, die dich von deiner Tasche fernhalten. Also ich finde, alles in allem läuft es halbwegs gut. Nur ich weiß halt, dass im Treppenhaus noch ein paar Schreie rinnen waren. Klopst du da grad mit der Hand auf etwas ein? Ja. Cool. Ich wollte mich irgendwie durchschlagen, halt. Dass ich da irgendwie an meine Tasche komme. viel aus. Nein, Schreie rin. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob sie geschrieben hat. Ich hoffe einfach nicht. Wenn nicht, habe ich das Problem jetzt damit nur noch verschärft. Ich brauche mal kurz erste Hilfe, jetzt hit. Sets. Gott, wir schaffen das. Wir holen Strikers Sachen noch in dieser Folge zurück. Komme, was wolle. Wir retten ihn. Also seine Sachen. Hurra, der Ping ist wieder gejobbt auf 200, Alter. Ja, es werden ja auch wieder weniger Gegner. Ja, aber wie gesagt, Alter, ein Ping von 23.000, Alter. Ich habe 23 Sekunden Delay, Alter. Ach, denn da oben sind noch ein paar Behemots. Oben. Sehr gut. Mich stören ja eigentlich nur die Dämonischen, die Feuer spucken. Hier ist irgendwo auch einer. Warte, da ist noch einer hinter der Wand. Oh, hab ihn. Musst du hier nur straight durchbohren. Entweder du nimmst die Wand oder... Ja, ich werde jetzt sterben. Von wo? Unter uns. Ist ein Loch. Wow. Ich würde jetzt daher meinen, weil, äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also der Fahrstuhlschacht ist zumindest jetzt frei. Gut, wenn ich spawne... Ich sehe auch deinen Rucksack. Alter, Junge, die Eier... Die, die fallen Eiern. Ja, ich weiß. Aber jetzt noch Zeit gehabt, erst zu reparieren, habe ich definitiv nicht. Scheiß, Alter. Ach! Scheiße. Es ist der Teufel, der da noch unten ist. Oh Gott! Gut, aber jetzt ist zumindest der Weg zu deinem Rucksack relativ frei. Also ich hab ein bisschen auf ihm rumgetanzt, bevor ich jetzt... ...unter bin. Scheiße. Also so wird das mit dem Wäldnisfliegen natürlich auch nichts mehr hier. Hm. Aber es ist vielleicht nur noch der Teufel. Ich hab zumindest mein Inventer. Das ist schön. Da ist ein nackter Land gelaufen, wer das wohl war. Weiß ich nicht. I've got a bad feeling about you. Scheiße. Fuck, warte mal. Kann ich warten. Steh vor ihm. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Der Ding ist nicht mal grad überlegen, Alter, what the fuck. Sicher, dass das jetzt meine Tasche hat? Der hat 30.000 live. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Ja, und halt. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einer von denen war, wo du oben leer, aber für nichts machen kannst. Okay, ich hab ihn. Jetzt hab ich ihn wirklich. Äh, wo hast du gegen den gekämpft, Alter? Bobby's Balancing Act. Das müsste eine Spring-Rod sein. Ja, für Rifles. Ja, ja. Das find ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, die hab ich gestern seit Längerem. Äh, reduziert aber die Reichweite. Das ist ein bisschen doof. So, irgendwas ist hier immer noch. Aber den Teufel höchstpersönlich hab ich. Ach, es... Oh, es gibt nen Keller. Und hier unten ist doch alles voll mit Gegnern. Wir gehen erst mit dem Funko, ich weiß immer noch nie, wo du bist. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Da war ein Loch im Boden, würde ich meinen. Aber du dürfst jetzt grad einen EP sägen haben. Oh, fuck, fuck. Ah, das noch. Ja, how to search das Wasser im Darm. Ich bin gestorben, wieder. Ja. Aber ich hab das Außentor aufgemacht. Im besten Fall dürfte ich jetzt einfach mal rückzukommen. Meine letzte Amtshandlung war... Ich geb dir eine... Eine Bitte, lauf jetzt nicht auf die Straße. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss erstmal die Schreierin beseitigen. Okay. Bevor ich jetzt auf der Straße krempiere. Junge, Alter. Ach du Scheiße. Die kommen grad alle hoch. Wir sind da am Arsch. Ja, nur ein bisschen. Jeder schnappt sich seine Tasche und lockt sich aus. Ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich meine zuerst habe, oder? Ja, da hast du recht. Ich muss jetzt in den Keller kommen, darunter. Also, ich hab meine Tasche. Ich hab eine Schreierin, die geschrieben hat, wahrscheinlich. Oh, nö. Oh, nö. War ja noch nicht spaßig genug. Hey, okay. Oh, das hat er genommen, ne? Oh? Die hat schon wieder geschrien, glaub ich. Da kommt Dämonischer runter. Toller ist der. Ach, das Leiter. Das Problem ist, da war auch irgendwo... Ich glaub, da hängt irgendwo ein Dämonischer irgendwo in den Wänden fest. Auf jeden Fall war das Tor, was ich aufgemacht habe, nicht das Tor nach draußen, sondern der Endblut. Das Tor in den Tod, perfekt. Ist das irgendwo hinten? Ich bin grad wieder ins Treppenhaus geflüchtet. Ja. RIP! Hinter mir war eine Schreierin, die einfach geschrien hat. Also ich werd dir wieder sterben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist genau das, wofür wir Laser verbrauchen. Aber dafür brauchen wir diesen verdammten roten Zettel, den wir aber nicht kriegen. Ja, also bei der Welt ist, hab ich jetzt abgedankt, ne? Ich glaub, ich will jetzt auf Minimum... Ah, noch nicht. Noch nicht ganz. Oh, es ist sowieso ein dämonischer Geier, der da mit rumkreist. Perfekt. Ich wurde vor der Haustür umgebracht. Beziehungsweise hinterm Haus umgebracht. Ne, ne, vor nem Zombie-Beamer. Ich dachte, ein Tentakel-Vieh. Ich müsste irgendwie aufs Dach kommen, bitte. Ich bin in der Richtung gestorben. Ach, das ist der dämonischen Geier, der da ist. Den ich gerade einfach mal liquidiert habe. Alter. Der Vorteil an den Legs. Wenn die Person kontinuierlich trotzdem auf mich zukliegt und ich ihr einen auf den Kopf schießen kann, kann ich sie trotzdem töten. Das ist der einzige Vorteil. Oh, fuck, 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 fuck. Hier kommen dann alle die Treppe runter. Nur für mich, wie nett. Ich habe gerade keine Zombies am Arsch. Ich werde mal kurz über die Leiter und die Fallen reparieren. Okay. Nicht, dass uns da irgendwas, weiß nicht, komplett zerlegt oder so. Oh, mein Rucksack ist unten mittenswischen. Jetzt bin ich gestorben ohne meinen Rucksack. Dein Rucksack ist ja immer noch da. Keine Sorge. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen jetzt. Das sehe ich gerade ein bisschen kritisch. Ich habe immer noch nicht Minimal-Villness, aber fast. Ganz toll. So macht das Leben ja wieder Spaß. Oh, Gott. Glaube ich, ja. Junge, ich will die Dinge vorher reparieren, du Scheiß-Titan, Alter. Hütter. Diese Geräuschkulisse hier. Oh, ja. Die haben von deiner Kammer, wo die Elektrozäune langlaufen, den einen Stein weggefetzt. Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie die so unglaublich auf die Zäune kaputt sind, ja. Okay, ich habe drei Dämonenscharm halt. Ganz toll. Ich bringe sie mit nach Hause. Okay. Zumindest anteilig. Durch das Schnitzelwerk? Ja, hätten sie mich jetzt noch weiterverfolgt, ja. Also, einer kommt. Weil ich wollte jetzt nämlich gerade so mein Inventar ein bisschen aufräumen. äh, mir eine Coilwaffe schnappen und, äh, ja, reinballern, was das Zeug hält. Um dir da zu helfen. Da unten. Oh, er ist auf jeden Fall schon mal in der Nähe von uns. Er ist schon mal drin. Und hochkommt. Dann kann er geschnitzelt werden. Oh, Gott. Die sind unten. Zwei Dämonische. Und cool. Bitte mitkommen. Oh, eure Falle ist hier oben. Ui. So, wir haben noch zwei Dämonische jetzt hier zu Hause. Die gehören auf jeden Fall auch zu den Kandidaten, die mich von meinem Rucksack getrennt haben. So, die müssen jetzt ja eigentlich hier hochkommen. Hoffen wir es mal. Ja, das ist gut. Dann müssten wir jetzt hier zumindest schon mal ein paar aufgeräumt haben. denen ihre Loot-Säcke würden mich natürlich noch massig interessieren, weil bei den Dämonischen könnten, glaube ich, auch Zettelchen bei sein. Oh, 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 oh. Wow. In dem einen Loot-Sack waren Knochen. Sechs Stück. Wow. Kann es sein, dass es gleich schon wieder Nacht ist und unser Problem dadurch nur noch schlimmer wird. Äh, ja. Hier ist eine Schreierin. Ich höre sie. Schöne Scheiße. Hat sie schon wieder geschrien, nur weil ich hier bin? Oh. Oh. meine sachen sind komplett durcheinander scheiße so die schreierin die hier drin aktiver habe ich jetzt beseitigt sehr gut jetzt muss ich jemand in wird da mal kurz klar schiffen die ganz komische sachen gemacht ok auch noch meine koil munition da wieder da so Oh nein, nein, nein! Oh Gott, hab sie erwischt. Also ich hab mein Inventar aufgeräumt, halbwegs lebe und hier drin ist grob Ruhe. Wow! Das heißt, wir haben jetzt im Keller noch den Endloot. Das, was noch vom Endloot da ist. Ja, auch deine Sachen noch, ne? Ich hab mein. Ich bin noch ready. Ich war grad am Vorbereiten mit Coil Pistols zu dir zu kommen. Das Problem ist da. Jep. Ich habe es vernommen. Folge mit Überlänge, sagst du. Mhm. Ziemlich Überlänge schon wieder geworden. Das weiß ich noch nicht. Jetzt sind wir hier in dem Raum fertig. Ja. Wow. Also ja, wir machen das Krankenhaus noch schnell fertig. Da fehlt ja... Okay, Abbruch, Abbruch, Abbruch! Ich sprech vom Dach. Wir machen Feierabend. Oha. Was kam dir denn jetzt entgegen? Was? Ich hab das Dach betrieben. Das war locker nochmal fünf oder sechs Dämonische zwischen. Ähm. Noch ein paar Geier. Soll ich rausgehen? Okay. Also, ich komme jetzt nach Hause und möchte da bleiben. Aber wir haben dann da wohl noch ein Projekt vor uns. Wir sind ja anscheinend mit Projekt, äh... Projekt Krankenhaus noch nicht fertig. Ei, Schande. Ja. Ne, Leute. Wir haben die Sachen gerettet. Das war ja der Grundplan, weshalb wir länger gemacht haben. Ah. Oha. Ne, 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 ne. Man muss es ja nicht übertreiben mit der Liebe zum Spielen, ne? Vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Wenn ich echt gerne die Zettel gehabt hätte. Naja. Egal. Dumm gelaufen. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, unser Sterbe-Fiasko mit anzusehen, lasst gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.